Die Frage ist, warum kommen alle Stars zur ARD? Warum unterschreibt jetzt Günther Jauch einen zeitlich unbefristeten Vertrag bei uns im Ersten, weil bei uns schnell reagiert wird? Sie haben vielleicht vor zwei Wochen in der Sendung Sabine Christiansen Anne Will gesehen mit Gast Oswald Metzger. Das war der Sensationsauftritt von Oswald Metzger. Ich war fünf bei den Großeltern aufgewachsen, als der Großvater vom Hochofen vorzeitig mit 59 Jahren in Ruhestand geschickt wurde. Mit 160 mal Renten, eine vierköpfige Familie. Ja, war das ein Hammerauftritt? Natürlich. Und da sagt man bei uns, die Bosse im Ersten sagen, Bingo, mach aus den beiden ein Moderations-Dream-Team. Ab sofort moderieren Anne Will und Oswald Metzger gemeinsam. Feierabend-Zeit. Genau die richtige Zeit. Zeilen ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir Zeit genommen, meine Kuckucksuhr mal wieder reparieren zu lassen, weil die hat ein bisschen einen Magen-Darm-Infekt gehabt. Und jetzt war ich hier beim Uhrmacher, habe sie heute Morgen abgeholt. Freudig war ich, weil sie ja frisch repariert ist. Und jetzt stellt ihr vor, jetzt kommt alle Viertelstunde der Kuckuck raus und fragt, wie spät es ist. Das ist unglaublich. Schöner Pilot. Gut, dass er sagt.